kauf der heiligen wir müssen stufe 99 seien schaden ich habe betrankte akrobatik trugen machen hier schatten schaden abklingen rüstung kann die bahn stimmen liegen menschen die kauf die kenne ich gar nicht sagen wir haben noch nie gesehen jetzt mal auf 3 ich habe den bacher eingetreten immer mitnehmen mitnehmen schammel ist irgendwo so eine maus ich hab's gemerkt da war wieder so ein blitz typ was hat mir so viel schalen gemacht also auf einer von den hat so blitze an den blitzschaden abgefangen ganz dicken sind noch hier bei mir jetzt kommt die gegner hinter mir ich habe sie die ganze zeit auf abstand gelten ist direkt an pappen ist aber ich habe die ganze zeit im griff gehabt und dann sind die alle irgendwie daraus denn mal den evo und eine sklette sind ausgegangen ja er hat mich schon wieder gewandt aber ich habe ich meine dass er hat sich hinter mich transportiert denn so habe ich den ram ich jetzt schlage ich kann die nicht töten ich brauche musst du ein vor ort wo ist er mit dem strahl du sollst noch einer ich brauche zeit um das zu tun ein stück oder so ein blitz oder ja ich muss sie erledigen wir haben mich immer mit dem blitz jetzt noch nicht getroffen da war schon wieder so ein blitz schnell reagieren ich glaube das noch im leben weil sie nicht oder auch nicht sonst hätte er mich auch verfolgt leid wenn ich schon wieder hinter uns cohortierend sich da ich muss schwarzen lichthort aber ich habe nur den untertitel gesehen Was ist denn hier los? Ich glaube, der hat sogar einfach Die ganzen Maden Feuer, Feuer Feuer, Feuer Aber so viel Feuer Ja, genau das Und dann war ich Oh Gott, ich will hier raus Oh, also Rote Kreise Rote Kreise, Feuer, Feuer Nein, ich bin schon wieder tot Warum? Was passiert? Ist das peinlich da hier? Mach du Spaß Ich werde jetzt die Truhe einverleiten Nein Nein Okay Aber alles rote Kreise Rote Kreise, weiße Kreise Ja genau Rote Kreise mit Feuer Ja, Ben Der Feuer war der Okinawee, boah Oder war der Feuer, weiß ich gar nicht Der hat die Truktion bespawnt Der hat die Truktion bespawnt Ja Wo ist er? Ja War Und wir kommen blitz, nehme ich an Ich habe gar nichts gesehen Ich habe wirklich eine Energie gehen schnell runter Ja, ich höre ich auch Müssen wir auch lang hier Hier waren wir doch schon, oder? Mh, äh, oben ist man Oben ist Wissen wir überhaupt machen hier Um weiter zu kommen Wiederwenden Aktiviert, okay Die Schalter müssen aktivieren Diese Dinger, was du gerade aktiviert hast Ja, der komische Seilbinden Ich weiß gar nicht, wie das heißt Mechanismen da Au Fuck, danke Warum Warum Wieso Was halt Das frage ich mich auch jedes Mal Von Gespenst getötet Ich glaube, der hat sich zu Tode erschreckt Ich habe mich schon mal gebracht Es war ein Papier Gespenst Das war Huibu Das Schloss Gespenst Ja, Vorsicht Der transportiert und ist ein Buffer Oh, dann bin ich mir nach Beine reingerannt In dem Laser Okay Und hier kann ich mich erst ein bisschen auch da Ich finde ich den Ohrback Ich finde ich den Ohrback Ich finde ich auch da Ohrback Nein Da kommt schon die nächsten Da haben sie schon hinter uns teleportiert Ich bin schon wieder hinter uns teleportiert Ich bin schon wieder hinter uns teleportiert Ich bin hier weg Ich weiß nicht genau, was wir machen Ich bin tot Nein Nein Ich habe jetzt auch nicht mitgekriegt, wie der mich gekillt hat Dann ist genau bei den Gegnern pass auf Ich habe nicht mal einen Blitz gesehen oder eine Bahn von dem Blitz Ich habe auch nicht Ich bin einfach manchmal in meiner Tode Wieso Ich weiß jetzt ist es entstanden Gegner neben mir Aber der hat kein Blitz gemacht Gott Was ist denn da drin? Ja, da war ich ja gerade sie denn Boah Das ist doch voll geil Boah Nur die Die Spendte Erlegen Wie man mich immer fällig Ich bin hier gerade die Elite gegen das Blatt machen Ich habe ich Oh Böh Oh gut Und was ja alle hier allein getötet Gott Nein, das gespenst Das gespenst muss sterben Ich würde mich im Raum Das war alles gespenst Ich sehe Man steht immer die haben mich getötet Warum sind die Gegner schon wieder hinterher Und die geht da rein Nein, das schreit Okay, diesmal wurde ich durch so ein Blitz erledigt Du bist schon wieder tot Ich habe mich dann nicht gekriegt Boah Den blöden Läder schreien Mann Das haben wir mal die Schwachstelle von Daniel gefunden Ja, die waren auch schon lange Ich habe mich noch immer fertig Verschwindet Verschwindet Ihr habt euer Gemüse nicht gegessen Das ist wieder gespenst Der stirbt Die teleportieren sich hinterher und 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 hinterher Einige von denen haben wir ja teleporter als fähigkeit Oh man Töne heiligen Ja, hier kommt doch wieder was oder Naja, okay Der boss Götet alle gegnern der verlassenen Waren und ich hatte Aber hier kommt doch was Naja, okay Ich bin ein Blitz Okay Ich bin ein Blitz Ich habe dir ein bisschen zu weit rein, aber was soll's Aber man wird es abgelaufen nur ein Gehen wir gehen auf den weg Ich komme wieder zurück er macht sie alle fällig da kommt von vier gegen auf einmal schicklichkeit dann seit einem knoten gelesen ich bitte sie niemals ihr rechnen nein ich habe mit eigener verlaut ich weiß dass sie keine ruhiges oder gesegnet gemacht der dreikigen banditen ich bin auch wütend ja ich muss warum warum wir ganz angreifen gesehen man wir stehen die ganze die blütze auf keine schlüsse anstatt auf dich da habe ich gesehen jetzt habe ich gesehen aber belebt sich jetzt hier wieder ich mache das dann ich bin besser der ist fast so gut ich bin fast gewagt die noch mal zu probieren deswegen fragt wer belebt sich hier wieder alle hier pass auf die sind auch beide da rennt man direkt durch die drei nach dem anderen abgeschossen ja aber ich versuche hier schon es ging diese blitze ab ich wollte die eigentlich alle auf einen haupt wir sind doch glaube ich direkt vorm boss ja jetzt schalten wir wieder durch jetzt allen nach dem anderen ja da kommt man ja leute da reingehörig sind weil ich keine chance gegen die gegner haben wir nicht genug schaden da wollte ich wieder auf dem oder weit ja da war eigentlich der planer im blöden sitzen ja man schon außer ich kriege ich wieder belebt ne naja 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 okay vielleicht soll ich eine andere verwundbare glückstreffer ich mache mal mehr glückstreffer chance das war nur noch den boss erlegen nehme ich an der bewerber das schaffen nämlich noch hier heilen dann kommen wir her so stück so lange ich diesen sitz kann ich brauche zeit um das zu tun das ist eine auferständerte bösartigkeit zeit um das zu tun wo kriegt ein angriff nicht durch so etwas stärkere beinschützer aber nicht so nicht so dolle drei ringe für aufwühlen wenn ihr meint wenn ich hier gerade in der wuff der heiligen oder so ja habe ich schon wieder ich habe mir mal fährt auch von der ein wir haben ja an sie wird ausschaut event gut abwanderer dank euch kann noch mehr zelebranten in eure fußstapfen treten das erwachen ist zum ersten mal überall das erwachen ist jetzt überall ich habe den geist dieser saison gesehen auf allen gesichtern das ist alles ich je wollte ich danke ich kann das nächste jahr kaum erwarten quest abgeschlossen lunares erwachen 300.000 gold geil jetzt habe ich den mond blut hengst war wieder aussieht ich bin noch nicht aufgeschnitten bei der tante muss man ja da drei zeug weg machen damit ich dann überhaupt sehe sieht schon bunt aus habe ich denn mein dickes ding ja auslösen sieht man gar nicht ich habe 1375 von 2000 ich habe jetzt einen roten hengst nicht so lange ich in der stadt bin sind ja schmied er braucht stahl arbeiten reparatoren lässt sich noch einiges gebraucht die teufel büßen und haben wir gnadengrad lichtort blutblase monster cash an distanzverteidiger momentan als distanzverteidiger also mehr oder weniger aber du ja nicht damit du weniger schaden was also meine 46 so ist er schmied ich war doch beim schmied nur an der ganzen steppe keine bessere heilheit okay ich nehme an du brauchst noch ein bisschen weil ich hier wegschmeißen kann das nicht so lange ich in der stadt dann schaue ich mich mal nach ein paar alterne um ein paar schreien da oben da war noch nichts haben wir irgendwie noch nichts das war da oben hingehen wenn man nägeln lagen 0 9 fährt nicht so lange noch ein bisschen leer aus hat auf 15 schreien wollen wir die mit schnell verpasst bblend sind wir eigentlich eine stelle ich vergesse hat jedes mal aber wenn ich die öffnen siehst du halt ich nicht mehr ich muss machen kann ich ja ruhig öffnen ich habe sterben indem ich hauen ich kämpfe ich bin einfach vor dem weg so war ich krieg dich und schrei und schrei kann das sein mehrere zöre da will ich nicht rein und klingt so nass ich muss warten wenn ich von mein pferd runter haben wir können jetzt wagen ich muss warten wenn wir auch mein pferd auf danke weiter ob da jetzt einer hinter den bäumen auch dahin dann einer ist dann einer ne 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 ich habe deine winde gewogen sein nicht du dann nur noch deine winde gewogen sein weiter wenn ich die gegend was ich irgendwo war gerade ein turm glaube ich ich habe ja aus den augen verloren ich habe ich leider nicht mehr doch glaube ich habe ich noch ich bin noch nicht also was schön ist noch 45 oder so aber das haben wir gerade erst gemacht die gruppe heiligen ich habe ich habe zweimal schaden ich habe aber alles ja was nur um distanz verteidiger hat ist mir egal ob da irgendwas an über die gauin du bist ja da um das zu schaffen richtig werden wir ja verloren richtig die angeführt sich zum ersten mal in seinem leben wertgeschätzt wenn seine eltern immer verprügeln scherz leute scherz ich bin mir sicher sie lieben ihn auf ihrer art und bei gott warum verprügelt er mich weil wenn ich lieber so was haben wir hier vorher schaden feuertank bitte habe ich noch ein ja das war wie ich weiß doch nicht ob ich noch einer ich habe noch nur noch kann sich das stärkere herstellen nämlich mal also ich tue die ganze zeit nur meine schwachen ja verballern ja ja ich auch dann ich habe auch noch gar keine hergestellten das sieht aus wie jeder der schildert sieht aus wie der schlund ist über verloren haben wenn ich schon mal irgendwann erwähne ich danach wieder dasselbe dann schon sein ja es hat der gegner einfach nicht untergegangen immer wieder neu gespawnt sind aus irgendeinem grund ja ich würde da rein ich will rein ich will rein ja noch mehr eis angriffen habe ich habe gerade gemacht 5000 ertrunkene die dinger so viel schaden machen aber okay das ding schafft mich anscheinend gekillt ich würde schon treiben den schatten gekillt er ist sie nicht dass die so viel schaden machen ich kann das nicht geben ja ja ich ja ja das ist das ist das ist das ist das ist das ist war das mehr als mehr zeug ich auch so mit gewähr einer manche um den dicken ja ich glaube ich bin in die wand rein getest also ich hat mich doch geheilt ja genau das meine hat ich wollte nicht einmal sammeln tränke tun nicht schnell genug heilen ist eigentlich mehr heilung haben unsere spende aber mit deinen tränken gehen mit seinen tränken sein wenn ich sehe ich habe nur einen kratzer natürlich schon drei teilen wir wir tränken über kriegen immer wir einsetzen vor ort ich werde habe ich werde nicht mehr schüttet, ich werde nicht mehr schüttet waaaah 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 es war sich nicht wirklich habe ich noch nicht gesehen dann hier hat sie alle getötet ich habe alle getreten ich bin genau in den reingerutscht ja ich bin nur ein blöde feuertyp sein blöden feuer und auch das gift ich weiß das gift ist weg keine regner okay wirken stackeln da am boden auch ganz naja erst mal die kreuen schwinger ja weg hier wieder weg direkt wir sind genau an die stacheln ich bin da hinter uns aber ich habe ich kann also rum ja ich habe gerade gegen gegner gekämpft den habe ich getötet und dann ist die blase explodiert ich werde vom schattenkern getötet ich kann nicht mehr tragen ich kann nicht mehr aua und mir macht das ding wird die schaden ok also ich habe ich mal kurz treffen lassen bei mir macht so 20 prozent schaden irgendwie bei mir macht das 50 oder so ja ich mache gerade diese leile wenn wir treiben da sind wir scheinwerfer die betreut ich habe es gemerkt ja machte ich bin weg da war eine sehr blöde ich erwischt natürlich die menge da reingestimmt die meisten bewegen sich ja nicht weg ja weil ich ja auch schon weggerannt bin da ist die nächste statue kaputt machen müssen ja das bringt mir überhaupt nichts ja ich muss ein nach dem anderen ich glaube jetzt auch abstand weiße kreise des todes ja und feuer der eine der die schattendinger die mehreren keks mehr oder weniger das ganze paket ich habe die sachen gedroppt werden das ganze kaputt heißt auch gott gewicke auch nach einer explosion gehört kann hier nirgendwohin ok nochmal weg mit einem schulen eis und feuer kugeln weil es nicht herrschen terror schatten dann noch mal vorher der sport irgendwie so eine scheiß feuerkugel die auch noch explodiert jetzt der zu respond bei mir der dicke mit dem knüppel ich habe den angegriffen hat er sich auf einmal luft aufgelöst jetzt bei mir wieder haben wir auch von ap genau da ist nicht da und dann nimmt gar kein schaden der schaden doch schaden geht auch wenn golem los nämlich an ja was denn alles für eine scheiße irgendwo hinter uns von irgendwelche riesigen feuerkugeln die riesige feuerwelle auslösen die stadt was dann hier los kriegst du noch da und da ist ja schon fast dauern bei mir sind keine gegner die stadt oder greift aber glaube ich hin und wieder an ja belebe mich ruhig wieder status wo ist noch da war nein 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 wir waren doch schon fast abgelegt aber warum machst du halt er weiß der nix der wand kenne geht noch mehr muss immer das unerwartete erwarten ich sehe nicht sehen ich hier sind immer attacken er ist hier bei mir mache ich läuft doch noch bisher meine wiederbelebung schnell weggeflogen jetzt habe ich noch mal in seltenen knoten plus 10 stärke plus 10 physischen schaden ich glaube wo ich als nächstes himmel weil da bin ich mir nicht sicher müssen wir hin da glaube ich noch mal ja noch so schon dabei ich muss hat schatten denke ich dann muss ich na 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 wenn er mich einmal mit seiner axt bin ich wahrscheinlich tot da wollte doch jetzt mal leute hatte schwinger ich glaube nicht ich muss mal was für eine scheiße dann laufen ich habe hier die trenke ich habe hier die trenke mehr tränke danke wir haben den bereich sind auch ganz Oh, Alter! Ah, weiteres Tadol! ah 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 da ah da also was entspricht mir auch nicht damit zum was wir haben schon alle ich habe da habe ich mir tot warum da frage ich mich auch in der warum nicht da sind zwei buffer zum schwung aus setzt an zu einem home machen und du bist dabei sie sterben noch alle da selbst er eine jahr hat mich hier durch die gegenseite das ist ein kleiner bisher immer schön ist schon damit den dicken knüppel nein das ist nur so ein kleiner standard gegner jetzt komme ich da nicht durch weil der eine wand durch weg da bist du ich bin ja was kommt ich hab aber aber was machen wir jetzt dann ich denke mir aber ich bin betrefft ich nicht so viel gold haben wir noch ein kleines zeitabenteuer aber machte stiefel wir sind schwächer ich habe den gegen die glocke getreten vier leute die für mich ich muss mal dass einer mit der keule ich bin auch nicht bereit hast du nicht die glocken ich glaube wir müssen die kammer erledigen hier fünfmal oder so weil ich die bestimmte anzeige zerstören da ist doch noch einer bist du ich ich hätte in den jahr ich hätte in den jahren das ist eine schwachstelle ausgrund der zentrale ja baletta macht ja ja auch ein besserer elementlich erstmal stehung zu einem beserker muss nur direkt ein schaden verursacht der amulett ist sogar besser ist man jetzt ja man hat hier neuen helm hat sogar an links drin aber ich habe mal stufe 46 stufe 46 es hat besser 47 mehr rüstung unaufgerüstet dann können wir mal machen das kommt ein bisschen stählung und hat er oder einer hat zwei effekte aber die hat einen platz für den edelstein jetzt auch plätze in edelsteiner reinpacken da weißt du schon du klonen naja geldverschwendung ich habe ich habe nur 114 millionen ich mache mich nicht fertig ja so zum boss ich hatte wir ja den schreien den artillerie schreit versiebt jetzt nicht alles klar waffen beherrschung fähigkeiten den schwein den hatte ich schon aktiviert mich aber nicht jetzt reicht doch gar nicht bis dahin du da hat reicht wohl pass auf gegner gesehen ich gehe zum pass auf das ding aktiviert ich gebe ihm was du hast du hältst du gegen den bäufel scheiße oder ja schießen ich bin noch nicht bereit naja kommt er auch mit seiner armee warum ich habe das schatten dinge erwischen dann Ich bin der Extert. Ich bin hier. Nein. Komm ich mal, aber ich schaue ich doch den Andriff von der auszuweichen hier. Genau. Schwein! Alter, wie hat die mich längst wieder gekillt? der angriff der kennt mich die ganze das hier explodiert jemand gleich du willst also dass ich explodiere er hat auch fahrt die schon die ganze zeit dass mich seit amulette einsammelt da liegt da war ja noch heilig neu so meine bessere waffe eine ganze 300 mehr schaden entschuldige mich ein moment